Das ist kein Problem. Stell dich neben deine Schwester, mein Schatz. Tschüss, Papi! Brauch! Was ist denn? Stell dich neben deine Schwester. Ich komme von der Augen. Ist okay. Sag Schatz und Mama. Mein Süßes. Okay, das ist überhaupt nichts geworden. Mach nur auf, wir stellen mal die Schultüten zur Seite. Du findest zur Seite, sag mal ein schönes Foto. Mama, guck, ich kann kein Glitter. Das ist ein Geräusch. Aber du hast mich gekratzt von unten. Hallo, wer will dir die Schule heute? Me! Okay, Hand runter. Okay, schau zu Mami. Nein, normal, bitte. Und nochmal, ganz normal stehen, bitte. Nein, ohne Cheese. Einfach ganz normal. So süß. So süß. Ja. So süß, bitte. So süß. Kann ich sehen? Ja, das ist schön. Ja, das ist nicht, nein. Ach, ganz schön. Hey, Papa und Stein. Okay, nochmal die Köpfchen. Und meine Mama und Papa. Ne, Frage, schau nochmal. Bitte, bitte, schau nochmal. Sehr schön. Wer geht halt in die Schule? Nee. Das ist ein Schuss. Dann, wir machen die Schule. Ja, wir machen die Schule. Ja, wir machen die gleiche. Oh, uh-huh, but it's black. Yeah. Hello. I'll get on your... Yeah. Uh-huh. I have some shoes. Should we put your face in it? No, okay. Can we put your face in it? No, but Santa's going to spill. No, no. Maybe if there's a clothes thing, you could close it. How about that? Mama, 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 I want to see this. Okay, bye, guys. Bye, 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 bye. I'll stop. I'll stop. Yeah, that's too bad. Okay, guys, bye. Good day. Bye. Bye. Bye, good day.